Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Colo Terrorista! Der Junior Horn im Schiff! Der Junior Horn im Schiff! Colo Terrorista! Der Junior Horn im Schiff! Es bleiben im Raum. Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der andere Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Wagen! Sie sind ein Befehl durch das Leipzig! Oh, meint euch das einfach genau? Das Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederberechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ist das Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie ihn zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang ist das Militär mal eine Aktion nur behindert! Es hat mit denen nur ein bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jag ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Ich bin hier! Ich bin hier!